Musik Steh auf. Aufstehen. Wo? Wo kommt diese Lampe her? Das ist nicht meine Lampe. Das ist nicht mein Schlafzimmer. Was? Wo bin ich nur? Wer ist sie? Wo war ich nur gestern? Warum kann ich mich bloß nicht mehr daran erinnern? Scheiße, sie wacht auf. Was sag ich jetzt? Mein Gott, sie hat mich wahrgenommen. Oh, dein Lächeln. Nein, ich kenne dich ziemlich gut, Lächeln. Was zum Teufel? Wieso hast du mich nicht geweckt? Beeil dich. Wir müssen in einer dreiviertel Stunde da sein. Wo müssen wir sein? Ich verstehe nicht. Nein, was ist los? Das ist nicht meine Hand. Das ist nicht mein Körper. Wer ist das? Ich sehe aus wie 40. Denk nach. Okay. Das ist kein Traum. Was ist es dann? Marc Reiner? Ich heiße nicht Marc. Mein Name ist Simon. Ich bin 19 und ich lebe alleine. Simon. 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 Was für ein intensiver Traum. Ich habe noch nie einen Traum so lange mit in die Realität genommen. Bin ich ich? Träume ich nicht. Ist es ein Traum? Bin ich nicht. Oder nicht?